Sie haben mit Sicherheit schon davon gehört. Compliance, also rechtstreues Handeln, wird immer wichtiger. Aus gutem Grund. Bei der Einführung von Compliance-Maßnahmen geht es nicht nur um Rechtssicherheit, sondern auch um das kaufmännische Selbstverständnis und die Achtung des Prinzips des ehrbaren Kaufmanns. Sie möchten nachweisen, dass das eigene Unternehmen alles daran setzt, Rechtsverstöße zu vermeiden? Nun, genau hier setzt das Hamburger Compliance-Zertifikat an. In Zusammenarbeit mit ProHonore e.V. hat die Handelskammer Hamburg das Hamburger Compliance-Modell entwickelt, um das Compliance-Management-System ihres Unternehmens zu zertifizieren. Der Nutzen eines solchen Zertifikates ist vielschichtig. Da wäre zum einen der positive Effekt für das Unternehmens-Image. Wer das Zertifikat der Handelskammer vorweisen kann, steht für ehrbares und rechtstreues Handeln. Das wirkt sich positiv auf die Beziehung zu Geschäftspartnern, Kunden, aber auch zu Behörden aus und erhöht so die Wettbewerbsfähigkeit. Das Hamburger Compliance-Zertifikat stärkt das Unternehmen aber auch nach innen. Die Geschäftsführung bekennt sich klar zu ehrbarem Handeln und ist damit Vorbild für die Mitarbeiter. Sie fördert so eine positive Unternehmenskultur und macht deutlich, illegale Absprachen, Bestechung und Korruption haben bei uns keine Chance. Natürlich wissen wir, dass es überall schwarze Schafe geben kann. Vorsätzliche Straftaten kann auch unser Compliance-Zertifikat nicht verhindern, aber erschweren. Sollte es dennoch zu strafrechtlich relevanten Verstößen einzelner Mitarbeiter kommen, kann das Zertifikat das Haftungsrisiko reduzieren. Es gilt als Nachweis der Erfüllung Ihrer Organisations- und Aufsichtspflichten. Und das Beste? Das Hamburger Compliance-Zertifikat ist modular aufgebaut. Die Zertifizierung ist maßgeschneidert und wird auf Ihr Unternehmen abgestimmt. Das gilt für die Inhalte und natürlich auch für die Kosten. Mit dem Hamburger Compliance-Zertifikat auf der sicheren Seite. Für mehr Details besuchen Sie www.hamburger-compliance-zertifikat.de und die Zertifikat die Zertifikat des 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 Zertifikat